Hallo Menschen und Marginisten, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zu Doom 3 BFG Edition. In der letzten Aufnahmesessions haben wir Alpha Lab abgeschlossen, Enbro Lab haben wir abgeschlossen, Comcenter, Communication haben wir abgeschlossen und wir sind nun Magnet Rail Station oder sowas. Und ich weiß jetzt nicht, ne, von da kam ich ja. Boah, ich weiß nicht mehr was hier los war. Ach stimmt, diese Giftblöre hier, die abgelassen werden musste, glaube ich. Oh, nix gut. Okay, bevor ich da lang gehe, gehe ich erstmal hier lang. Aber, nope. Ich hatte ja auch noch Schrotmoni, okay. Gut, fast voll. Ohohoho. Gut, voll. Auch fast voll. Nicht wirklich so. Ohoho. Speichern. Wenn ich jetzt brille. Entschuldigung. Entschuldigung, das muss das sein. Ich muss nur aufpassen. Ach, jetzt bin ich wieder da. Ach stimmt, ja. Um geht's weiter. Wartungs. Ach stimmt. Okay. Scheiße, jetzt geht's erst richtig weiter. Ich will nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr. Ah. Da hab ich jetzt nicht echt drauf geachtet, dass da noch so ein Scheiß-Impf kommt. Entschuldigung. Und ja, ich finde Doom 3 BFG. Allgemein Doom 3 finde ich schlimmer. Als Dead Space. Haupttank und Pumpensteuerung. Ah, ja. Wir müssen ja. Scheiße. Au. So weit runter wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich... dorthin. Was wir nochmal laden. Und annehmen. Boah. Entschuldigung. So. Ich hab jetzt einmal ein bisschen bessere Laune. Die... Nicht lang hebt. Boah. Boah. Boah, den hat's zerfetzt. Ah. Jetzt. So. So. Speichern. Ich will das Stuff da hinten haben. Vorsicht. Nein. Nein. Ernsthaft. Na, Gott sei Dank hab ich gespeichert. Ähm, laden. War doch 11.09, ne? Ja. Ach komm, volles Rohr. Speichern. Und rüber. War doch einfach. Magazin, Medipack, Zellen. Ach schön. Okay, okay. Ah, volle Muni. Oh. Huh, was? Notfallabsch... Aha. Wo geht es nach dort hinten? Ja, nirgends hin. Nur ins Nirwana. Oh nein. Kraftjacks. So, also hinten gibt es nix. Dann kann ich ja jetzt beruhigt hier lang gehen. In Klammern hoffe ich. Ach ja, jetzt bin ich ja da. Ich guck noch mal, ob es hier was gibt, aber... Nope. Mom, 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 moment mal. Ach stimmt, da unten war ja der Wehrbulle. Dessen Name ich immer noch nicht weiß. Da dieser... Na, ihr wisst schon. Syrianische Wehrbulle. Leider wären Betrieb nicht berühren. Ups. Geöffnen. Mhm. Geöffnen. Wer ist denn geöffnen? Na klar. Nein! Ich war natürlich... Ey. Oh gut. Die Plöre ist weg. Alter Schwede. Ich fühle schon, bis sich in mir... ...etwas aufbäumt. Alter. Alter. Uh. Ah. Ich wollte gerade sagen, will ich da überhaupt rein? Will ich es? Okay. Riskieren. Ich hätte es eigentlich erwartet, dass das... Ähm. Gedönse macht. Ich glaube, ich habe jetzt meinen... ...Schutz verspielt. Ja. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So Aha Boah, ich dachte gerade schon Alter, ich fühle mich so langsam seelisch geschändet Ich glaube, deswegen habe ich graue Haare Das war böse, ne? Böse Raum Speichern Boah Alter, da darf man echt nicht an dem Pixel hängen bleiben Aha Oh, ich habe keinen Bock mehr Ich will nicht mehr Boah Nein, nicht doch einer Nein, 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 nein Alter Ich lege gleich so ein Ei, dass ich mich zwei Meter höher schraube Und das Schlimme, das war nicht mal gelogen Schrothülsen, Zellen Alter, wenn ich mit dem Ding fertig bin, bin ich auch nur noch Schrothülsen Und leere Zellen Und leere Zellen Speichern Nee Gut, hinter mir ist schon mal nix Jetzt aber schon Alter, wie mies, kommen die jetzt auch noch von hinten? Ganz ruhig Arschbacken zusammenkneifen Schließmuskel Schön zusammenhalten Ich will nicht dein Kohlevorkommen in der Hose vorfinden Uah Ich hasse Spinnen Jetzt im Ernst, ich hasse Spinnen Auch im Real Life Weg mit dir Keine Spinnen Gut 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 Keine Spinnen Boah Nein Nein Mit mit dir Kommt da noch Spinnen? Keine Spinnen Boah Mann Dieser scheiß Felsen Puh Alter Da Da Puh Spinnen Ernsthaft Warum bin ich jetzt nur so schrecklich nervös bei dem Raum Puh Boah Speichern soll ich mal? Puh Oh Super Aha Uh 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 Eine Granate noch Nein Nein Natürlich Ich glaube da ist hinüber Und ich sollte mal wieder Granaten finden Puh Der habe ich ja gerade reichlich verschossen Der war gut Speichern Speichern Jetzt hatte ich fast die falsche Taste gedrückt Ja Yes Es ist wie es war Okay Und ich schätze mal Oh Mann Dass das diese Giftplörre ist Alter Da Ich muss ziemlich nahe stehen mit der Schrotflinte damit ich ihm richtig eine reinheizen kann Speichern Ich meine natürlich Hey Kein Klacks Boah Alter Das hört sich böse an Anthony Gasser Erreiche das Delta Labor Haha Vergiss das Schon mal keine Audio Logs Aber E-Mails Boah Neuer Raketenwerfer Tony Ich schicke Ihnen einen der neuen Raketenwerfer Die wir von den Marines erhalten haben Bitte bringen Sie einige der überschüssigen Giftfässer nach draußen Und jagen Sie sie in die Luft Aber passen Sie auf Dass Sie sich nicht verletzen Der Flächenschaden hier Ist hier viel höher als bei früheren Modellen Ja sehr schön Mr. Abrams Danke für den Raketenwerfer Aber ich werde mehr als die mitgelieferten 5 Raketen dafür benötigen Wir haben hier ziemlich viele Fässer die auf ihre Beseitigung warten Ich habe den Raketenwerfer in mein Waffenregal gelegt und beseitige die Fässer sobald ich mehr Munition habe Vielen Dank Tony Ich habe weitere Raketen Munition angefordert Mir war nicht klar wie viele Fässer wir beseitigen mussten Alles klar Und Schlaf weg von MarsBuddy Sehr geehrter Kunde Sind Sie oft müde bei der Arbeit? Jo Fühlen Sie sich antriebslos? Jo Dann haben Sie burnout Wir stellen Ihnen die neue und verbesserte Schlaf weg Tablette vor Dank ihr sind Sie den ganzen Tag lang frisch und ausgeruht Weitere Informationen erhalten Sie unter MarsBuddy.com Boah ich glaube da werde ich mich nachher selber mal rein Schauen Schauen Nei Nein, nein, nicht die... Boah. Speichern. Das ist... Das ist ein Imp. Ach, Bockmist. Und der scheint da rechts zu sein. Ja, aber... Alter, fast ein ganzes Magazin. Ich bin Pistolen benötigt. Links geht's weiter, rechts geht's. Oh, ich hab den Raketenwerfer. Ja. All hell to me. Ähm. Ah, nicht... Huch. So. Ja, ja, ja. So. Okay, äh, ich würd mal sagen, ganz kurze Aufnahmepause, weil ich bin außer Seen auf ne falsche Taste gekommen. Wir sehen uns gleich wieder. Machi Maka für heute, Overnote. Tschö mitö. Aber dann wissen wir was, da한�či из dafür was makers. Ich glaube, immer mehr deshalb nicht drinsteh. Philippe. Vielen Dank.